Willkommen beim McDonnells Podcast. Hoffentlich kommen immer alle guten Dinge zu uns. Es ist eine Woche her, seit ich damit beschäftigt war, Steuern für das Ende des letzten Jahres einzureichen. Heute möchte ich unbedingt Frühlingsrollen essen. Also mein hausgeschälte frittierte Frühlingsrollen. Ich denke, wenn jemand nach einem anstrengenden Arbeitstag hungrig ist. Aber sobald sie die Haustür öffneten und diese Frühlingsrolle rochen, konnten sie ihren Appetit wahrscheinlich nicht mehr zügeln. So macht man theoretisch Frühlingsrollen. Aber ich mache Frühlingsrollen mit Zutaten, die ich zu Hause habe. Ein vertrautes Gericht vieler Generationen von Vietnamesen sind Frühlingsrollen. Frühlingsrollen sind ein bekanntes Gericht der Vietnamesen. Die Art, Frühlingsrollen herzustellen, ist sehr reichhaltig und hat eine regionale Identität. Das heißt, je nach Region sind die Zutaten für Frühlingsrollen unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel in Norwegen lebe, verwende ich Zutaten, um Frühlingsrollen zu machen, die sich von denen aus Vietnam unterscheiden. Oder anders ausgedrückt. Ich rolle Frühlingsrollen mit Zutaten, die dem Geschmack jeder Person entsprechen. Nordvietnamesen essen gerne das Innere von Frühlingsrollen aus Schweinefleisch, viel Gemüse, die äußere Hülle von Frühlingsrollen, gerollt mit dünnem Reispapier. Die Nordvietnamesen nennen Frühlingsrollen N.E.M. Die Südvietnamesen machen Frühlingsrollen, die mit Meeresfrüchten und Taro gemischt werden, und die äußere Hülle der Frühlingsrollen wird mit Pia-Reispapier gerollt. Die Dipsause von Frühlingsrollen Die Südvietnamesen machen die Dipsause von Frühlingsrollen oft süßer und etwas würziger. Es gibt viele Regionen in Vietnam, die auch Frühlingsrollen-Dip in Form von dicker Dipsause herstellen. Wenn die Frühlingsrollen gebraten und auf den Teller gelegt werden, werden die attraktiven gelben Frühlingsrollen, die knusprigen Frühlingsrollen und das Aroma der Füllungen der Frühlingsrollen bei jedem ein Gefühl der Anziehung hervorrufen. Jeder möchte dieses Gericht sofort genießen. Wenn Sie ein Feinschmecker sind, müssen Sie viele verschiedene Arten von Frühlingsrollen genossen haben. Aber es wird auch zwangsläufig passieren, dass Sie sich in den Momenten, in denen Sie Frühlingsrollen essen, unwohl fühlen. Um diese Situation zu überwinden, warum machen Sie nicht selbst Frühlingsrollen? Wenn Sie köstliche Frühlingsrollen zubereiten und zu Hause genießen möchten, erfahren Sie im folgenden Artikel, wie Sie Frühlingsrollen einfach und leicht nachzumachen können. Wie man Frühlingsrollen macht Beim Rollen von Frühlingsrollen ist die Hauptfüllung das Fleisch, kombiniert mit vielen anderen Zutaten wie Gemüse, um das Gericht schmackhafter zu machen. Beim Essen von Frühlingsrollen kommt keine Langeweile auf. Schweinefleisch ist zusammen mit Garnelen, Karotten, Pilzen, Zwiebeln, Bohnen und Fadennudeln die beliebteste Frühlingsrollenfüllung. Weil diese Zutaten leicht zu finden und für alle Vietnamesen erschwinglich sind. Zu Hause bewahre ich Garnelen nicht im Gefrierschrank auf. Also habe ich die Füllung von Frühlingsrollen ohne Garnelen, ohne Sojasprossen, ohne Shitake gemacht und ich habe keine Gewürze oder MSG verwendet. In Norwegen gibt es keine Maniokwurzeln zu kaufen, also habe ich Maniokwurzeln durch weiße Radischen ersetzt. Vorbereitung – eine Stunde Raten – 30 Minuten Gesamtzeit – eine Stunde 30 Minuten Mahlzeit – Hauptgericht Spezialitäten – Vietnam Stichwort – Frühlingsrollen Portionen – 6 Personen Kalorien – 295 Kilokalorien Zutat 25 bis 30 Reispapierrollen oder Frühlingsrollen oder Pierre-Reispapier 250 bis 300 Milliliter Speiseöl Zutaten – Frühlingsrollen machen 300 Gramm gehackte Schweineschulter 100 Gramm frische Garnelen 2 Karotten 1 Zwiebel 100 G Preis 1 halber Bohne oder Kohlrabi oder weißer Rettich 100 Gramm Fadennudeln 50 Gramm Holzohr 50 Gramm Shiitake-Pilze 3 Zweige Frühlingszwiebeln 2 bis 3 Eier 1 Teelöffel Gewürz oder MSG 1 halber Teelöffel Zitronenpfeffer oder gemahlener schwarzer Sausenzutaten 2 Esslöffel Fischsasse 2 Esslöffel weißer Zucker 2 Esslöffel Essig 10 Esslöffel warmes Wasser 1 Esslöffel gehackter Knoblauch 1 bis 2 gehackte Chilischoten 1 halber Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer Anweisen Schritt 1 Bereiten Sie die Zutaten für die Frühlingsrollen vor Erster wählen Sie eine Schweineschulter von guter Qualität, waschen und zerkleinern Sie sie Zweiter frische Garnelen schälen, Kopf, Schwanz und Rücken entfernen und dann waschen Dann die Garnelen fein hacken und mit etwas Salz würzen Dritte Fadennudeln, Holzohr, Shitake-Pilze, gewaschen, dann weich eingeweicht Vierter die Holzohr und Shitake-Pilze fein hacken Thailändische Fadennudeln sind etwa 2 cm lang Fünfter Karotten Knollen werden gewaschen, geschält und dann in Scheiben geschnitten Rack gewaschen, entwässert Sechste Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, nach dem Schälen, Wurzeln schneiden, waschen, dann in Erbsen große Stücke schneiden Der Preis wird nur verwendet, um 2-3 mal zu reiben Schritt 2 Zutaten für die Frühlingsrolle mischen und marinieren Erster alle Zutaten Fleisch, Gemüse, Knollen, kleingeschnitten, in den Mixtopf geben Zweite Gewürze, Gewürzsamen, Mononatrium-Glutamat, Pfeffer in die Frühlingsrollenfüllschüssel geben Dritter schlagen Sie zwei Eier in die Frühlingsrollenfüllschale Vierter gut mit Stäbchen oder von Hand mischen, dabei Nylonhandschuhe tragen Wenn die Füllung immer noch fragmentiert oder trocken ist, fügen Sie eins weiteres Ei hinzu Fünfter lassen Sie die Füllung nach dem Mischen ca. 5-10 Minuten ruhen, damit die Frühlingsrollen die Gewürze aufnehmen können Schritt 3 Frühlingsrollen rollen Erstes schaufeln Sie etwa 1,5 Esslöffel der gemischten Frühlingsrollen in die Schale der Frühlingsrollen oder in Pia-Reispapier und rollen Sie sie dann zu Frühlingsrollen auf Zweiter rollen Sie die Frühlingsrollen weiter, bis alle Frühlingsrollen in der Schüssel sind Schritt 4 Frühlingsrollen braten, fertig Erster stellen Sie die Pfanne auf den Herd und gießen Sie das Speiseöl langsam in die Pfanne, sodass das Speiseöl beim Braten der Frühlingsrollen mindestens die Hälfte der Frühlingsrollen erreicht Zweiter Wenn das Speiseöl heiß ist, nehmen Sie jede Frühlingsrolle mit Stäbchen in die Pfanne Dritter die Frühlingsrollen zum ersten Mal frittieren, bis die Kruste hellgelb ist, dann herausnehmen und abkühlen lassen Vierter zum zweiten Mal braten, bis die Frühlingsrollen goldbraun sind Beim Aufnehmen der Frühlingsrollen entsteht ein Gefühl von knusprigen Frühlingsrollen Schritt 5 Dipsause zubereiten und genießen Erster Fischsause, Weißzucker, Essig in warmem Wasser auflösen Zweiter fügen Sie gehackten Knoblauch, gehackten Chili und schwarzen Pfeffer hinzu Dritte würzen, abschmecken, Soße dippen, abschmecken, dann mit Frühlingsrollen genießen Ernährung Kalorien 295 Kilokalorien Details, wie man Frühlingsrollen macht Schritt 1 Bereiten Sie die Zutaten für die Frühlingsrollen vor Bei der Verarbeitung von Frühlingsrollen ist die Auswahl der Zutaten sehr wichtig Denn dieses Gericht besteht aus vielen Fleischsorten, Gemüse, Wurzeln, Gewürzen, die miteinander vermischt werden Jede Zutat ist sorgfältig ausgewählt, frisch, gewährleistet die Lebensmittelsicherheit und Hygiene und sorgt für köstliche Frühlingsrollen, die Sie unbesorgt genießen können Sie entscheiden sich, Reispapier nach Ihren Wünschen zu kaufen Sie sind in Kurzwarenläden, Lebensmittelgeschäften und Supermärkten erhältlich und daher leicht zu kaufen Diese Schale hat die Wirkung, die Füllung in den Frühlingsrollen einzuhüllen und zu fixieren Wenn die Frühlingsrollen frittiert werden, wird die Kruste der Frühlingsrollen beim Kauen knusprig, was ein köstliches, duftendes Gefühl bringt Im Vergleich zu Reispapier sind Frühlingsrollen dicker und werden frittiert dunkler und knuspriger Bei Frühlingsrollen mit Schweinefleisch entscheiden Sie sich für den mageren Teil Diese Portion ist ziemlich dick, süß, nicht zu mager und nicht zu fettig Sie waschen das Schweinefleisch und zerkleinern es dann Sie können Schweinefleisch mit einem Mixer mahlen, aber achten Sie darauf, das Fleisch nicht zu fein zu mahlen Sie entscheiden sich für frische Garnelen Nach dem Kaufschälen entfernen Sie Kopf, Schwanz und Rücken der Garnele und waschen die Garnele dann Sie zerkleinern die Garnelen auf die Größe einer Erdnuss und marinieren sie dann mit etwas Salz Hacken Sie die Garnelen nicht zu klein, damit Sie später beim Braten der Frühlingsrollen die knusprigen weißen Garnelen in den Frühlingsrollen deutlich sehen können Wenn Sie getrocknete Garnelen verwenden, weichen Sie die Garnelen etwa 30 Minuten lang ein, reinigen Sie sie und zerkleinern Sie sie Fadennudeln, Holzohr, Shiitake-Pilze, vor Gebrauch eingeweicht Bitte prüfen Sie das Aussehen Wenn es Schimmel oder Mehltau gibt, sollten Sie diesen trockenen Gegenstand nicht verwenden Sie waschen die Fadennudeln, die Holzohren und die Shiitake-Pilze und lassen sie dann eine Weile einweichen, bis sie weich sind Dann hacken Sie das Holzohr und die Shiitake-Pilze Die Fadennudeln auf etwa 2 cm Länge schneiden Bei Karotten, Erbsen, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Sojasprossen die Haut entfernen, die Wurzeln entfernen, dann waschen und abtropfen lassen Sie schneiden Karotten, Erbsen und Zwiebeln, Sie schneiden sie in Erbsen große Stücke Ich empfehle, Gemüse zu schneiden Wenn es gemahlen ist, werden die Frühlingsrollen beim Mischen zerdrückt und wässrig Darüber hinaus sieht die Form des geschnittenen Gemüses, das in der Frühlingsrollenfüllung deutlich zu sehen ist Nach dem Braten der Frühlingsrollen sehr appetitlich und interessant aus Viele Leute sind neugierig, sie werden raten, aus welchen Zutaten machst du Frühlingsrollen, die so lecker sind In den Frühlingsrollen der Südvietnamesen gibt es auch geschnittene Taro, die dann goldbraun gebraten werden Um sie in die Frühlingsrollen zu legen, was den Frühlingsrollen hilft, den fleischigen, aromatischen Geschmack der Frühlingsrollen hervorzuheben Wenn du magst, kannst du in der Frühlingsrollenfüllung noch mehr Taro zubereiten Schritt 2 Zutaten für die Frühlingsrolle mischen und marinieren Sie bereiten eine Schüssel oder Rührschüssel vor und geben dann alle Fleisch- und Gemüsezutaten in die Schüssel Dann gibst du die Gewürze, den Pfeffer, in die Schüssel Sie fügen zwei weitere Eier hinzu Einschließlich sowohl Weiß als auch Eigelb Die Eier helfen dabei, die Zutaten zu binden und machen die Füllung weicher Wenn die Frühlingsrollen fertig gebraten sind, werden sie, wenn sie genau aufpassen, sehen, wie die Eier an den Stücken der Füllung im Inneren haften Sie mischen die Mischung mit Essstäbchen oder mit ihren Händen, die Nylon-Handschuhe tragen Es sollte beachtet werden, die Frühlingsrollen zu mischen, bis die Füllung glatt und gleichmäßig ist Vermeiden Sie übermäßiges Mischen und Zerkleinern der Zutaten, da die Füllung wässrig wird Wenn Sie feststellen, dass die Füllung noch locker oder trocken ist, können Sie ein zweiteres Ei mischen Nach dem Mischen lassen Sie die Frühlingsrollen etwa 5 bis 10 Minuten ruhen, damit die Frühlingsrollen die Gewürze ziehen können Bevor Sie Frühlingsrollen rollen, berühren Sie die Schale, um die Weichheit zu prüfen Wenn die Frühlingsrollen etwas trocken sind, tragen Sie eine Schicht Essigwasser auf die Frühlingsrollen auf Wasser gemischt mit Essig, beides hilft, die Schale weicher zu machen und die Frühlingsrollen knuspriger zu machen, nachdem die Frühlingsrollen gebraten wurden Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal in der Küche stehen, braucht es auch ein wenig Einfallsreichtum, um die Frühlingsrollen beim Braten der Frühlingsrollen ganz schön zu machen, nicht zu zerbrechen oder zu platzen Um Frühlingsrollen zu rollen, gehen Sie nacheinander wie folgt vor Sie schöpfen etwa 1,5 Esslöffel der gemischten Frühlingsrollenfüllung und legen sie in die Mitte nahe dem unteren Rand des Reispapiers Du rollst eine komplette Runde vorwärts Sie müssen die Füllung nicht zu fest einrollen, damit die Frühlingsrollen beim Braten nicht zerreißen Sie drücken die beiden Enden sanft nach unten und schieben den Kern wieder nach innen in einen runden Zylinder Als nächstes falten Sie die Seiten der Schale zur Mitte und rollen die Frühlingsrollen Sie machen weiter und rollen die Frühlingsrollen vorwärts, bis die Schale weg ist Beachten Sie, dass Sie den Rand der Schale nach unten drehen, damit die Frühlingsrollen gerollt und nicht gelöst werden Die Kruste bleibt an sich haften Wenn es nicht haftet, tragen Sie eine dünne Schicht Essig auf den Rand der Schale auf Anschließend die gerollten Frühlingsrollen auf einem Teller oder Tablett anrichten Passen Sie auf, lassen Sie es nicht zu lange stehen Wenn Sie nicht aufpassen, wird die Kruste weich, klebt am Teller oder Tablett, und dann lösen sich die Frühlingsrollen Schritt 4 Frühlingsrollen braten, fertig Du stellst die Pfanne auf den Herd und gießt das Speiseöl langsam in die Pfanne Sie schätzen die Menge an Speiseöl Das Speiseöl in der Pfanne wird mindestens zur Hälfte der Frühlingsrollen untergetaucht, sodass die Frühlingsrollen beim Braten knusprig und schnell gegart werden Es gibt ein Geheimnis, um heißes Speiseöl und Ölspritzer beim Braten zu vermeiden, Sie sollten es sofort anwenden Reibe die Zitrone etwa eine Minute lang in den Boden der Pfanne, bevor du das Öl in die Pfanne gießt Legen Sie eine Scheibe frische Zitrone in die Pfanne, wenn das Öl heiß ist Wenn das Speiseöl heiß ist, nehmen Sie jede Frühlingsrolle mit Stäbchen in die Pfanne Legen Sie nicht viele Frühlingsrollen auf einmal in die Pfanne Die Frühlingsrollen arrangierst du weit auseinander, damit sie nicht aneinander kleben und das heiße Öl alle Seiten der Frühlingsrollen berührt, damit die Frühlingsrollen gleichmäßig garen Sie verwenden es Stäbchen, um Frühlingsrollen auf der Pfanne zu rollen, damit Frühlingsrollen die Form von runden Frühlingsrollen haben Wenn Sie die Frühlingsrollen einfach in die Pfanne geben und so stehen lassen, bis die Frühlingsrollen auf einer Seite goldgelb sind und dann die andere Seite umdrehen, werden die Frühlingsrollen zerdrückt und unansehnlich Erfahrungsgemäß werden die zweifach gebratenen Frühlingsrollen knuspriger Wenn also beim ersten Braten die Kruste hellgelb ist, nehmen Sie die Frühlingsrollen heraus, lassen Sie die Frühlingsrollen abkühlen Frittieren Sie die Frühlingsrollen nach einer Weile ein zweites Mal oder bewahren Sie sie in einem luftdichten Behälter zur späteren Verwendung auf Beim zweiten Braten der Frühlingsrollen die Frühlingsrollen frittieren, bis die Frühlingsrollen goldbraun sind Frühlingsrollen greifen, knusprig-knusprige Frühlingsrollen fühlen Um Frühlingsrollen bei zwei Hitze zu braten, muss nicht viel Öl in die Pfanne gegeben werden Sie nehmen die Frühlingsrollen in das gelochte Blech, lassen die Frühlingsrollen das Fett abtropfen oder legen die Frühlingsrollen in ein mit Öl absorbierendem Papier ausgelegtes Blech Leckere Frühlingsrollen Der Standard ist, wenn wir Frühlingsrollen sehen, wollen wir sie einfach sofort genießen Knusprige, goldglänzende Kruste, zusammen mit der Frühlingsrollenfüllung, durchsetzt mit der Süße von Fleisch und Gemüse Es wird sicherlich die Geschmacksknospen sowohl des Verarbeiters als auch des Essers befriedigen Schritt 5 Machen Sie die Dipsause Machen Sie die perfekten Frühlingsrollen, stellen Sie sicher, dass Sie eine köstliche Dipsause zubereiten Ich zeige Ihnen, wie Sie die Grundlagen herstellen Sie lösen Fischsause, weißen Zucker, Essig in warmem Wasser im Verhältnis 1, 1, 1, 5 auf Dann fügen Sie gehackten Knoblauch, gehackten Chili und schwarzen Pfeffer hinzu Sie schmecken erneut, um die Säure einzustellen, salzig, süß, je nach Geschmack Sie können auch gekühltes, abgekochtes Wasser verwenden Aber warmes Wasser hilft den Zutaten, sich beim Rühren schneller aufzulösen, was dem Knoblauch hilft, mehr ätherische Öle freizusetzen Wenn Sie Frühlingsrollen gerne mit einer dicken und süßen Dipsause dippen, fügen Sie Zucker hinzu und reduzieren Sie dann das Wasser Wie man Frühlingsrollen macht und genießt Frühlingsrollen sind ein Hauptgericht voller Nährstoffe und haben eine schöne goldene Farbe Wenn es in einer Schale mit Reis präsentiert wird, vermittelt es ein Gefühl der Fülle und stimuliert die Geschmacksknospen Essen nach Geschmack Nicht nur für Erwachsene, auch Kinder essen Frühlingsrollen problemlos, denn die Füllung ist weich und süß und die Kruste knusprig Eine sehr leckere Kombination, die viele Menschen lieben Es sind Frühlingsrollen, die mit Fadennudeln, rohem Gemüse und Gurken serviert werden Es dauert nicht lange, dieses verbesserte Gericht für die Familie zuzubereiten Süß-Sauer-Deep, serviert mit Fadennudeln, knusprigen Frühlingsrollen, sparsamem Rohkost, knusprigen Gurken, richtig lecker, voller Ideen Bei Frühlingsrollen denken viele sofort an die Tisch- und Tätfeiertage Weil dieses Gericht so bekannt ist In Mahlzeiten für Gäste und Versammlungen sind Frühlingsrollen immer präsent Frühlingsrollen symbolisieren die Umständlichkeit und Sorgfalt der Hausfrauen, wenn sie Familie und Freunde mit köstlichem Essen verwöhnen Viele von ihnen fragen sich, was sie tun sollen, wenn sie planen, Verwandte und Freunde zu versammeln oder Tätgerichte zuzubereiten Ich schlage ihnen einige einfach zu kochende traditionelle Gerichte vor Klebreis, Klebreis mit Gag, Bananenblumensalat, geschmortes Schweinefleisch, in salzgebratenes Hähnchen Diese Gerichte mit detaillierter Zubereitung sind köstlich Ich teile und hoffe, ihnen dabei zu helfen, das Kochen ein wenig zu vereinfachen Like, teile und unterstütze den Kanal Freundlicher Empfang Antoniel McDoniels Podcast 27. April 2023 28. April 2023